So, und so Lilly, jetzt um dieses Fenster geht's? Ja, genau. Darum geht's. Das ist Corpus De Victi, ja. So, wir wangen jetzt schon mal ein bisschen an. Ach so. Was ist denn jetzt mit der Feder? Setzen wir die noch mal ein, langsam? Setzen wir die Feder noch mal rein? Ja, ich kann nur kurz mit Federn. Oh, genau. Warte. Ey! Was? Ey! Nein, wir lassen das auch. Wir haben ja auch Leute unter... Und unter 18. Unter 12. So, guck mal. Das ist schön. So, nehmen wir heute unter 18. Okay, alles klar? Okay. So, hier ist das Zeug. Lilly, äh... Machen wir mal ein bisschen warm oder kaltem Wasser? Warte mal ein bisschen. Wir sind ja hier im... Was war das? Nummer 18. Stock oder so, ne? Ja, ja. Aber es ist kein Problem damit, sich dann draußen zu sitzen. Ich sag gar nicht. Kein Problem. Da steht überall ein Ding. Oh, die Polizei kommt schon. Keine Panik. Nein, nein, ich spring nicht. Ich sag gar nicht. Ich sag gar nicht. Nein, nein. Nein, nein. Das war's. Wie hieß das jetzt alle unsere Kombatanten, das jetzt nur noch sagen, komm, bei mir putzen, ey, ich hatte vorhin eine Party, komm mal vorbei, wir müssen prüfen. Räumen wir unsere Flaschen ab, weißt du, und so. Guck mal hier, die Spinnen dürfen leben, die dürfen leben, du hast ja Green, ist ja klar. Guck mal hier. Das ist Fritz. Fritz, komm mal, Fritz. Fritz, ja. Wir haben es geschafft. Ja. Schnell sind wir gewesen. Küppel, küppel. Sauber, ne? Gut, ist es sauber. Schleifenfrei. Sagt Lilly. Lilly, ist in Ordnung? Wie war ich? Ich bin begeistert, ihr dürft wiederkommen. Das war doch die nächste Frage. Nein. Ich überlege gerade, nein. Da kommt noch in unsere Mitte mal kurz, Lilly, dass wir auch unsere Arme mal jetzt voll super hinten gebracht haben. Bist du denn zufrieden mit dem, was wir gemacht haben? Ja. Gut. Das sieht ja, oh Mensch, das sieht ja sehr gut aus. Das heißt, dieses Fenster ist für dieses Jahr abgearbeitet. Also das heißt, wenn unsere Mütter kommt, das machen wir uns auch ein bisschen kleiner. Lilly Green hat uns gerockt, wir haben leider verloren, wir haben ein Fenster geputzt. Und im Verlieren liegt auch ein Gewinn. Genau. Das ist schön. Man kann dem Schauspieler nichts vormachen. Vorschielen. Vorschielen, ja. Ja, was vormachen schon. Okay, also Foto. Hehehe. 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 Hehehe.